Herzlich willkommen zum Gemüsefun-Podcast und mein guter alter Co-Moderator Tom Arte hat uns jetzt irgendeine Überraschung mitgebracht. Hallo Tom. Jo, hallo Arti, hallo Junges Gemüse. Genau, ich habe mal ein bisschen bei Funk rumgeströmert, bei unseren Freunden von Funk. Das ist ja dieses öffentlich-rechtliche Jugendnetzwerk und habe mir da mal so ein paar Kanäle reingeschaut und bin da drauf gestoßen, dass es da auch tatsächlich Serien gibt, also schöne kurze Web-Serien, die wir vielleicht mal uns anschauen könnten. Wir haben uns jetzt gar nicht groß darüber informiert und zwar bin ich hier auf eine Serie gestoßen, da fand ich einfach den Titel ganz interessant und wie die Folgen hießen und die Beschreibung und zwar schauen wir Straight Family und auf der Seite steht, darum geht es. Diese Familie wäre so gerne straight, gegenüber sich selbst, gegenüber den anderen. Oma Magda ist rassistisch und homophob, doch alle hängen an ihrem Tropf und Kuscheln. Und Lara hat darauf keinen Bock mehr. Ein Abend, fünf Geheimnisse, fünf Folgen. Genau, und zwar hatten wir hier fünf Folgen, jeder geht nur sieben Minuten, also das ist auch sehr angenehm für so ein Reaction-Format, wie wir es betreiben. Und ja, wird wohl in jeder Folge um irgendeinen anderen schwulen Typen gehen. Also wie bei aufgestaut, das hehre Ziel, irgendeinen im Vordergrund zu haben und es wird vermattelt werden, okay. Das kann sein, gut, dass du es anbringst. Ja, das stimmt, das stimmt. Also wegen mir können wir gleich losstarten. Ich bin echt auf die Oma gespannt, ob die jetzt so eine, ich weiß nicht, wie heißt die Frau Ritter wird so? Ja. Raus mit die Viecher. Oma Magda. Oma Magda sagt raus mit die Viecher, ja. Okay, Feuer frei. Jo. Du flirst, das ist super. Wo까� Ich bin echt irrefohlen. Du flirst, das ist super. 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 Ja, Funk präsentiert, öffentlich-rechtliches Fernsehen, sehr schön. Haben sie schon die Kanonen abgefeuert, ja. Gehen gleich ans Eingemachte, ja, genau. Also irgendwie Lesbensex, dafür zahlen wir gerne. Ich wollte erst sagen, Mensch, cool, die liest ein Buch, aber das ist schnell vorbei gewesen. Ja, der ging es nicht ums Lesen. Die wollte ganz anderes haben, wenn der Zug war. Okay, ich bin sehr gespannt. Ja, ich bin sehr gespannt. Stopp. Ja, stopp, genau. Es ist natürlich Berlin, ne? Wo sonst könnte eine Fugensendung spielen. Willst du vielleicht mal kurz raten, was ist das denn hier für eine Szenerie? Ist die in einem schwulen Club oder so? Irgend so eine Club-Bar-Geschichte wird es schon sein, ja. Ja, guck mal, links hinten steht zum Beispiel Jesus had two dads. Also, ich denke, das wird hier irgendwie so eine Art schwulen Ding sein, glaube ich. Irgendwie kriege ich so die Vibes davon. Ja, ja. Okay, wir schauen mal weiter. Ich bin stabil. Ist das ja noch da drunter? Ja. Über, ähm... Neuseeland? Ja, genau. Ja, ist schon so, wie alle sagen, grünweit. Schön. Ja, wenn irgendwas so perfekt ist, dann kommt bei mir immer ein bisschen Kotze hoch. Jo? Was ist das? Mama kauft sowas. Wirklich? Stimmt mir das? Ist dir das unangenehm? Ja, bist du zwölf? Ich habe das Gefühl, da steht irgendwas zwischen uns. Halt bitte auf, wenn ich muss arbeiten hier. Ist das eine Komödie? Das wirkt ja alles so over the top hier. Naja, klar, soll das eine Komödie sein, oder? Also, du findest, du bist dramatisch. Ja, gut, wir wissen ja beide gar nicht so richtig, was das ist. Ich habe mir da gedacht, so ist das echte Leben-Ding, weißt du? Das wird schon so ein bisschen Komödie sein, auch ein bisschen Drama. Bei Aufgestaut haben sie ja geschrieben, eine Draman-Mödie, wisst du? Das finde ich immer ein bisschen, diese Bezeichnung so ein bisschen, naja, so ausweichen, wisst du? Wenn du weder besonders... Wird auch gleich, ja? Ja, das ist was für alles, fürs Herz und zu lachen, zu weinen. Ja, ja. Ich, ja, das ist jetzt ganz eigenartig. Gut, dass du mal Pause gemacht hast, wir hatten ja gar nichts so richtig zu kommentieren. Also, die ist hier in dieser Art Schwulenball, spielt mit dem Dildo rum. Das ist wahrscheinlich ihr Bruder, oder? Gut, wir werden das alles noch erfahren. Ich denke, es ist ihr Bruder, ja. Ja, und das ist wahrscheinlich die Mutter, und das wird ja halt nicht die rassistische Oma sein. Also, deren Mutter, das wird dann die rassistische Oma Magda sein. Die Puff-Mutter, sozusagen. Die Puff-Oma, das ist die rassistische Oma. Ich wollte noch sagen, wie undankbar sie ist. Also, sie kann nach Neuseeland fahren und dann so, naja, war schon ganz schön, so ein bisschen cool. Ja, ja, das ist so ein typischer... Das triggert mich. Ja, 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 das ist so ein typischer linker Charakter, finde ich. Also, ich finde, in Filmen gibt es sowas viel, zum Beispiel in einem Barbie-Film. Ich erinnere mich da an das junge Mädchen, die Tochter von der America Ferrara. Weißt du noch, die Barbie kommt bei der an, und die sagt erst mal, ja, du bist eine Faschistin und so. Ja, das stimmt, das war ja so. Irgendwie in solchen linken Serien und Filmen, da gibt es irgendwie oft so einen, der so das Gefühl hat, der steht über allen Dingen, ist zu cool für alles, erfreut sich gar nicht an den Dingen, ist immer sehr zynisch, weißt du, sieht in allen Kapitalismus und Piperpo. Ich sehe hier Parallelen, ja, ja. Ja, okay. So, die Hälfte-Folge ist schon geschafft, jetzt wollen wir doch mal ein bisschen mitsehen. Was geht denn jetzt hier ab? Sieht aus wie ein Helm. Danke. Och, ich mochte doch deine lange Haare so sehr, das weißt du doch. Och, ich muss dir jemanden vorstellen. Das ist die Ximena, unsere Austauschschülerin. Hi. Und sie hat sich schon ganz toll bei uns eingefügt. Nicht wahr, mein Schatz? Ja. Ximena mit X. Also mein Pullover, ne? Kannst du mir kurz helfen, meine Süße? Ach. Sieh das an. Das ist nicht so ganz. Dachtest du, du kannst so bleiben? Ist jetzt nicht Raucher. Und du kriegst Krebs. Das verspreche ich dir. Davon kriegt man auch einen Krebs. Welchen Alter wird man eigentlich nicht mehr von seiner Mutter angezogen? Ach, es geht um einen Abend. Das ist die Heizung, die macht schon seit ein paar Tagen. Im Monat nicht. Schon länger Probleme. Geht aber nicht nach Heizung. Bleibt da stehen. Ich muss hier mal kurz pausieren. Er legt der den... Warte mal, ich hab doch hier meine... Ah, Moment, Moment. Ich hab wie mir letztens für die Zuschauer... Ja, genau. Ich hab mir so Tastengürze überlegt. Da kann ich sekundenweise durchspringen. Hat der dem Fuchs hier... Liegt der dem irgendeine Art SM-Gürtel an? Oder was macht der da? Guck mal hier. Ich glaub, wir sind nicht ganz synchron. Ach so. Okay, ich bin bei 4,46. Ich bin jetzt bei 4,31. Ah, verdammte Axt. Da hat's vielleicht ausgehackt. Ich drück noch mal kurz Play. Vielleicht hilft das? Ja, genau. Genau, okay. Ich pausier dann einfach bei 46, okay? Entschuldigung? Ich pausier dann bei... Jetzt sind wir bei 4,51, okay. Ja, genau, okay, genau. Okay, genau. Und dann skipp ich jetzt mal hier vor. Siehst du das? Bei 4,48. Äh, er tut hier an... Ah, scheiße. Na, egal. Warte, okay. Ich geb einfach vor und wir schauen uns die Szene im Ganzen an. Okay, dann müssen wir uns leider merken, dass so ganz klappt das nicht, wie ich mir das gedacht hab. Jedenfalls, achte mal darauf, was der hier mit diesem Fuchs macht. Mhm. Aber wie findest du denn das Interieur hier? Das ist doch richtig einfach nur zusammengewürfelt? Ja, ja. Ist das so eine Resterrampe irgendwie? Naja, an sich hat es diesen urigen Vibe. Also, ich persönlich find's eigentlich sogar ganz cool, muss ich ehrlich sagen. Dieses zusammengewürfelte. Ich persönlich find das ganz super. Also, ja. Ich weiß nicht, so ausgestopfte Tiere und dann hast du so eine Lavalampe. Ja. Aber gut. Das ist mein Ding wär, das muss ich schon ehrlich sagen. Okay. Die Heizung machst du schon seit ein paar Monaten. Schon länger. Die Gröncheheizung. Das ist das, da steht. Wenn wir heute auflegen, sind wir einfach im Arsch. Was machen wir da einfach mal? Ich muss es verstehen. Ich will sie nicht verstehen. Und sie muss dich auch nicht verstehen. Also, hier, das ist eine Schwulenkneipe, klar. Also, du hast die Dildos am Anfang gehabt. Dann hier, Jesus had two dads, das Poster. Jetzt haben wir hier noch diese zwei Männlich-Zeichen nebeneinander. Also, auch ein Schwulensymbol. Jetzt hängen die da noch nicht. Jetzt lass dir doch mal den Stolzmonat feiern. Ja, genau. Jetzt hängen die da eine deutsche Flagge über das Schwulensymbol. Ja, das ist letztlich Stolzmonat, was die hier machen. Ja, oh Mann, geil. Kannst du auch nicht wollen. Doch. Toleranz heißt für mich, dass wir nett zueinander sind, obwohl wir uns nicht verstehen. Alles andere ist nie über aller Scheiß. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich muss dich in deiner Andersartigkeit tolerieren. Nicht dir. Pinnelschenken, damit du in den Weltbild passt. Perfekt. Okay. Dann läuft das nächste Beispiel. Komm schon, nichts aus der Süß muss du zugeben. Die ist nicht so... So was? So wie du eben. Fick dich. Hast du ihn? Nee. Vorsicht. Oh, scheiße. Man schleppt dir dieses Teil immer noch mit sich rum. Das hier ist eine enorme Verbesserung. Schneller! Das kriegst du nicht ab. Ja, ich geb's grad hoch. Leo, ich glaub, ich steh auf Kronen. Ich bin lesbisch. Was? Okay, ich bin jetzt... Oh, warte mal kurz. Ja, ich bin sicher. Ich hab auf Pause gedrückt. Ach so, ja, siehst du. Da haben wir immer beide gemacht. Ich bin ein bisschen gespannt, wie sich das jetzt hier entwickelt. Ist jetzt wirklich jedes Familienmitglied, außer die Oma, schwul oder lesbisch? Oder sonst was? Naja, also da würde ich schon mir fast eher Sorgen machen, dass das... Naja, gut, ich weiß nicht, wie sehr ich mich jetzt aus dem Fenster lehne, aber dass das vielleicht Anteil Gründe hat. So diese sexuelle Neuentierung. Wisst ihr, wenn alle auf einmal... Also das sind schon große statistische Zufälle, sag ich mal so. Wenn dann hier alle in einer Familie so in die Richtung gehen. Ja, 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 klar, klar. Weißt du, was ich meine? Das ist äußerst seltsam. Der Typ hier links, hätte ich jetzt geschätzt, ist bestimmt auch schwul, oder? Ja, ja. Ich meine, er arbeitet in einer schwulen Kneipe. Genau. Sie, sag's jetzt, sie ist lesbisch, klar. Ähm, ich frag mich ein bisschen, was die Mutter angeht. Von der wissen wir noch nichts. Ähm, ich vermute aber gut, die Serie als Sweet Family, die wird bestimmt auch schwul sein. Ja, wir sehen. Okay. Ja. Papi, ich hab ein Baby im Bauch, du weißt. Genau. Au, ja, stimmt, vielleicht war das mal ein Mann, oder? Naja. Okay, wollen wir weitergehen? Ja. Tja, warum flüstern Tja? Also nicht so eine Phase von dir, Tja. Willst du mich verarschen? Lera. Obrigado. De nada. Sorullo, sorullo, devuelve lo que no es tuyo. Was heißt das? Teufel, Teufel nehmt, was dir nicht gehört. Wie lange bleibst du? Zehn Monate. Ich hasse ja Verallgemeinerungen, aber werdet nie wie die Deutschen, wie Männer mit X. Ja. Ja. Aber ich habe nicht verstanden. Was macht ihr? Warte mal. Werdet nie wie die Deutschen, wie Männer mit X? Habe ich auch nicht verstanden. Okay, aber ich will es mir nochmal kurz annehmen. Ich hasse ja Verallgemeinerungen, aber werdet nie wie die Deutschen. Wie Männer mit X. Ja. Ja. Aber ich habe nicht verstanden. Was macht ihr jetzt? Oder was? Keine Ahnung, ja, ja. Auch das ist so ein Klassiker. Ich hasse Verallgemeinerungen, aber ich mache es trotzdem. Sehr gut. Ach so, jetzt verstehe ich das erst den ganzen Sinn. Der Sinn ist, dass die hier diese ganzen schwulen Devotionalien abdecken. Ja, weil die Oma kommt, genau. Ja, weil die jetzt die rassistische Oma Magda kommt. Alles klar, okay, okay, okay. Sieht ja überhaupt nicht rassistisch aus. Nee. Die sieht aus, wie so eine alt 68er Oma. Ja, ja. So unter Grasbesuch der alten Dame. Also einfach übersteatermäßig. Okay, was sagt uns jetzt hier die Beispiel? Hi ihr Lieben, ich bin Luise, ich spiele Lara. Und das war die erste Folge von Straight Family. Und ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und jetzt könnt ihr gerne was dazu sagen in den Kommentaren. Das ist schon scheiße. Aber gut, vielleicht wird es noch geil. Oh, es gibt Kommentare. Lara hat ja zum Beispiel gerade... Ah, ja, ja, das war gut. Ich habe zum Beispiel gerade Leo gestanden, dass sie lesbisch ist. Vielleicht kennt ihr sowas auch. Vielleicht habt ihr auch schon mal jemandem was erzählen wollen. Und der oder die war dann total überfordert. Oder vielleicht war es auch ganz positiv, überraschenderweise. Wir freuen uns, wenn ihr uns in den Kommentaren davon erzählt. Und wünschen euch viel Spaß bei der nächsten Folge. Ja, siehst du, selbst bei Funk, bei Öffentlich Bezahlt, sind sie einfach am Ende des Tages Klick geworden. Bitte, bitte kommentiert bei uns. Liken, teilen, kommentieren. Wir brauchen die Aufmerksamkeit. Und sie ist ja auch so mutig, 2023 zu sagen, sie ist lesbisch. Ja, das ist so krass. Also, das ist krass. Vor allem, wenn deine ganze Familie irgendwie schwul ist. Also, wow. Nur die Oma, ne? Fertig Respekt, ja. Oh ja. Ich sage, es kommt raus, dass die Oma in der Vergangenheit irgend so eine Jugendfreundin hatte. Irgend so einen Scheiß. Ja, ganz sicher. Ganz sicher. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das sehe ich auch so. Da wird irgendwas rauskommen. Oder dass sie zumindest, weiß ich, vielleicht was mit einem Schwarzen hatte. Oder irgend so ein Käse wird rauskommen. Oh, stimmt. Aus Luftbrückezeiten oder sowas. Ja, irgend so was wird da rauskommen. Ja, ja. Gehe ich auch davon aus. Gut. Das war mal ein schöner Quickie. Genau, eine kurze, knappe erste Folge. Also, wir sind jetzt auch nicht mal bei 20 Minuten in unserer Folge. Ja, ich fand's gut. War tatsächlich besser, als die erste Folge aufgestaut. Ja, für jeden. Stimmt. Ja, man muss ja dazu sagen, für alle, die jetzt ein bisschen enttäuscht sind, bei Aufgestaut war es so, bei den ersten zwei Folgen. Das war noch ziemlich öde und dann wurde es richtig saftig. Also, dann kam die pure Propaganda-Kante in die Fresse. Und ich denke, hier wird es genauso am Anfang. Jetzt geht hier, diese erste Folge müssen natürlich erstmal die Figuren eingeführt werden und so. Gerade, wenn die Folge nur sieben Minuten geht. Aber das wird spätestens bei Folge drei, wird das hier ein richtiges Feuerwerk liegen. Ja, ja. Ich denke, nächste Folge wird die Oma eingeführt und dann... Dann geht's richtig ab. ...rechnen dann die Konfliktlinie auf. Ja, ja, ja. In dem Sinne haltet durch, liebe Freunde. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. ... Vielen Dank.